Musik 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 Dass ich die Scheiße nicht planieren kann Musik 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 Scheiße Ich kann es nicht planieren Näh, Dreck Dann muss ich es halt da lassen, dann fange ich in die Straße da an Meine Güte Ihr wollt mich doch alle Feuer ey Sorry, aber da habe ich jetzt genug schon für gemacht So So, hier einmal durch. Wohngebiete. Da muss vielleicht nochmal eine Straße liegen. Ach nee, komm, dann werden die halt ein bisschen größer hier. Alter Schwede, Wohngebiet und Industriegebiet wird extrem gebraucht. Mittelgroßer Skatepark. Kommt hier ran. Ähm, mm, 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 strom ist noch hier ein Problem. Kohlevorräte knapp schon. Äh, die Kohle sind aber schon alle. Annahme, globaler Kohle. Oh, warte mal. Oh, so, fantastisch. Kohlekarte. Ist doch cool, was habt ihr eigentlich? Strom. Wo ist das, 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 wo ist das Stromproblem? Ich seh kein Stromproblem. Wo ist ein Wasserproblem? Ich seh kein, doch, da sehe ich eins. Aber hier ist doch eine Wasserpumpe. Eine Güte. Hier, noch eine. Ich kann das noch nicht bauen, versteht ihr das nicht? Aber es ist eine Versorgungsabteilung. Äh, so, dann brauche ich aber auch mehr Einwohner. Ne, das war blöd. Gewerbe braucht da ein bisschen mehr Platz. Ist schon okay. Wohnengebiet. So, dann ziehe ich ein bisschen Gewerbegebiet auf. So. Und hier alles voll. Gebiet. Jetzt bitte hört auf euch zu beschweren. Jetzt brauche ich nur noch ein bisschen Industrie. Dazu. Was mache ich denn jetzt? Hier ist so, hier ist so viel Platz noch. Das kann doch nicht sein. Bis unten durch. Jeder Zentimeter wird hier genutzt in unserer Stadt. So, baut er da jetzt noch was hin? Kann ich eigentlich mal schnell doch noch die Straße upgraden. So. Ja, da braucht er was hin, sehr schön. Okay. Dann baue ich hier eine Straße lang. Okay, dann grenze ich das Gebiet auch nochmal ein. Oh Gott, der Platz wird knapp. So, das ist jetzt hier nochmal mit Industrie. Und dann ist Schluss, Leute. Egal, was die mir hier anzeigen. Danach reicht's. Na gut, hier unten kann ich auch noch hin. Weil das gehört ja dazu. Kann ich hier eigentlich hinten durch? Kann ich. So. Was mir gerade einfällt, was ich noch machen kann, mache ich jetzt auch gleich. Oh Gott, mein Speicherplatz ist gleich alle, glaube ich. Ich muss gleich aufhören. Was ich jetzt mache, ist, Park and Ride Anlagen zu bauen. Ich weiß, es wird gerade nicht unbedingt gewollt, aber ich mache es einfach. Und ich kann auch Riesenbus Anlagen machen. So, hier kommt ein Park and Ride hin. Ach, die Bushaltestellen muss ich hier mal wieder aktualisieren. Gut, dass ich da dran denke. Da habe ich wahrscheinlich schon seit Ewigkeiten gedacht, man muss immer wieder mit dem Bushaltestellen hier. So. Irgendwo noch Platz. So. So, hier. Und hier vielleicht nochmal an den Eingang der Stadt. Ja, da hin. Na? So. Da kommt hoffentlich was Neues hin. So. Und dann... Na, das kostet einfach viel zu viel. Das kann ich mir momentan nicht so unbedingt leisten. Wie sieht es hier aus? Ja, Feuer immer noch sehr viel, ne? Ja, Kohle. Das ist blöd, dass ich mir die kaufe. Ich glaube, ich mache das doch hier lieber. Ich verstehe das gerade nicht so wirklich. Habe ich irgendwas vergessen? 0 von 40 Tonnen. Ich glaube, ich habe irgendwas vergessen hier. Ich muss doch... Ich will doch die Kohle... ...hier von dem da... ...hier lagern. Hier, Kohlebergwerk. Natürlich, das brauche ich. Ah, ich bin doch blöd. Ja, das... Hier, das wollte ich die ganze Zeit. Zack. Ja, genau. Das wollte ich. Das wollte ich. Das bringt es dann zum Handelsdepot, nicht wahr? So. Jetzt kann ich hier keinen weiteren Schacht bauen. Ist ja auch schlimm. Wieso nicht? Weil hier... ...ne Straße ist. Dann kommt die Straße eben weg. Ich brauche den Platz nämlich. Tut mir leid. Kann ich danach wieder leicht versetzt ran bauen? Nein, nicht planieren. Ja, die verlassenen Gebäude mache ich auch gleich. So. Jetzt baue ich die Straße wieder ran. So, jetzt mache ich hoffentlich ein bisschen mehr Geld mit Kohle. Äh, das hatte ich vergessen. Tut mir leid. Ich habe wahrscheinlich alle schon in den Kommentaren geflucht. Äh, du bist für ein Nichtskönner. Ich hoffe, ich hoffe, ich habe euch nicht allzu tiefst, allzu tiefst beleidigt. So, hier nochmal ein bisschen Gewerbe. Ja, Industrie ist ja, ich... Soll ich hier nochmal eine Querstraße machen, oder was? Ja, dann wird der Platz hier genutzt, mache ich. Müllversorgung auch und Bushaltestellen mache ich auch gleich. Es gibt immer etwas zu tun. Wo ist denn hier ein aufgestelltes Gebäude? Ja. Dann wird hier vielleicht nochmal ein bisschen der Platz genutzt. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt... Na, war wahrscheinlich eher blöd, was ich gemacht habe. So, jetzt hier Trümmer planieren. Dann Müllversorgung, dann Bushaltestellen aktualisieren. So, und jetzt habe ich gerade einen Soundbug, weil ich das Abreißen gerade nicht gehört habe. Jetzt habe ich es doch gehört. Ah, das ist hier Katastrophe. Hallo. Planieren. Ja, irgendwas fehlt hier. Dann Zaun. Ich mache eh gleich eine Pause. So, ich werde jetzt nur noch hier Bushaltestellen platzieren. Nein, die schönen Häuser. So viel Abwasser, zu hohe Steuern habe ich da gerade gelesen. Dann mache ich die doch mal ein bisschen runter. Fürs Wohngebiet aber nur. So, wo gibt es noch verlassene Gebäude? Ach, ich hoffe, es hat jetzt alles funktioniert mit der langen Aufnahme. Ich bete drum. So, Müllversorgung. Müllhalde, wo ist die eigentlich? Da. Ach, ich habe hier noch gar nicht ausgebaut. Ja, dann ist ja auch verständlich. Das Blöde ist, ich kann leider nicht ausbauen, oder? Dann muss ich wohl irgendwo noch eine Müllhalde bauen. Und zwar, wo Platz ist. Ist hier noch irgendwo Platz? Nee, ist nicht. Ja, hier ran. Ja, da fehlt der Sound, du, wie jetzt. Ich höre da nichts mehr, tut mir leid. Hm, ist da nicht. Ja. Muss erstmal reichen. Was? Ach, zu wenig Simulons. Vorspulen. Warum kann ich denn keinen Abladebereich? Warum kann ich hier keinen Abladebereich ranbauen? Hä? Warte mal, ich reiße das nochmal ab, das Ding ist. Müll wird zu Bodenverschmutzung, ja, toll. Ich will eine Müllhalde, bei der ich verdammt nochmal Abladebereiche anbauen kann. Ja, ach da, deswegen, weil die hier rankommen. Ach, weil die hier zur Seite rangebaut werden. Okay, dann weiß ich, dann weiß ich warum. Dann kann ich die auch wieder abreißen. Dann baue ich hier eine Straße. So, ja, da fehlt der Sound, ich mache gleich Schluss. Noch die Bushaltestellen machen, so. Jetzt kriege ich hier hoffentlich die Abladebereiche alle ran. Ich verliere gerade so viel Geld da durch. Ach, Mann. Nein, gerade Straße. So, Müllhalde, komm. Letzter Versuch. Ah, scheiß drauf. Ah, ich weiß doch. Dann baue ich jetzt auf die andere Seite. Letzter Versuch. Tut mir leid, das ist jetzt mit der Müllhalde, ne. Woher soll ich das wissen? Das ärgert mich gerade ein bisschen. Hä? Ach, ihr wollt mich doch. Dann mache ich sie doch da weg. Wenn es auch so nicht geht. Das ist jetzt blöd mit der Müllhalde. So. Kommt da jetzt ein Abladebereich ran? Nein. Ich könnte ja mal zählen, wie oft ich diese Müllhalde schon abgerissen habe. Ach, Leute. So, jetzt aber bitte. Bitte. Abladebereich. Ja, ich habe einen Abladebereich. Mehr will ich jetzt erstmal gar nicht. So, komm. Zu wenig Simulans. 5.000. Komm. Einen bauen wir da noch ran und dann ist erstmal okay. Meine Güte, war das jetzt was mit der Müllhalde. Das ganze Geld ausgegeben dadurch. Unfassbar. Unfassbar. So, jetzt habe ich genug. Hallo. Jetzt brauche ich noch die Bushaltestellen. Will ich jetzt nur aktualisieren. Ja, ich weiß, dass der Sound da fehlt. Hier. 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 Gucken wir mal, ob wir irgendwann dann so ein Fernbus-Depot oder so ein Doppeldecker-Depot bauen. Doppeldecker habe ich ja nicht. Das gibt es ja in der Deluxe-Version. Müsst ihr mir mal sagen, ne? So, nicht vergessen. Achso, habt ihr mir ja wahrscheinlich schon gesagt. Ich bin ja immer noch in derselben Aufnahme, wo ich das gesagt habe. Ja, glienen sie jeden Tag 50 Verbrecher wieder an die Gesellschaft ein. So, dasselbe jetzt noch für Schulbusse und dann ist aber wirklich Schluss. Ich mache jetzt hier einfach eine hin. Ist doch egal. So. Ja, ansonsten ist es eigentlich okay mit den Schulbussen. Da wohnt eh niemand. So. Dann sage ich erstmal danke fürs Zuhören. Leute, bis zum nächsten Mal. Und ciao, ciao.